Moin ihr Lieben! Wir sind heute bei Evers Schuh- und Fußgesundheit an der Alexanderstraße. Und wir Mädels kennen ja das Problem, dass die Schuhe vielleicht super aussehen, aber jetzt nicht unbedingt die bequemsten sind. Und wir gucken uns hier heute mal richtig bequeme Schuhe an. Also ich habe mir jetzt schon mal eine schöne Stiefelette ausgesucht. Und was Evers ja so besonders macht, ist, dass wir hier die perfekte Einlage für den Schuh kriegen. Also gehen wir jetzt mal weiter zum Scannen von meinen Füßen. So, ihr habt jetzt ja gesehen, ich habe gerade hier schon einen Fußscan gemacht. Und der Herr Evers, der jetzt neben mir steht, der wird jetzt direkt hier am Bildschirm meine Einlage konstruieren. Und jetzt dürfen Sie einmal erklären, wie genau das funktioniert. Also wir arbeiten hier mit einer CAD-Software. Also wir können hier eine Form konstruieren am PC direkt. Und wenn wir diese konstruierte Form fertig haben, die Datei schicken wir an unsere CNC-Fräse in der Werkstatt. Und da wird dann diese Einlage genau nach deinem Fußabdruck hundertprozentig millimetergenau ausgefräst. Wunderbar, dann würde ich sagen, lasse ich den Herrn Evers jetzt mal eben ein bisschen konstruieren. Und dann geht's in die Werkstatt. So ihr Lieben, ich habe mir jetzt meine Schuhe einpacken lassen und natürlich mitgenommen. Und wenn auch ihr mal wirklich bequeme und gesunde Schuhe haben wollt, dann kommt zu Evers und sucht euch schöne Schuhe aus. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal!